Servus, Lame Tano hier. Da werde ich gleich unterbrochen von den Leuten, weil sie keinen Respekt vor mir haben, nur weil ich vor der ganze Zeit Blödsinn gelabert habe. Na ja, das Champion Marathon Video. Darius in der Top-Lane. Sind schon bei D. Ja, richtig gehört. Da ist heute dabei der Miskie oder Mitski. Könnte man sagen, wie man das richtig ausspricht. Und der King aus dem Jahre 1991, genauso wie der Typ, den keiner kennt, Devo ID, weil das ist ein Random und Rakiv. Wir sind im Teamspeak. Und gegen wen lebt ich jetzt? Wer hat das ein Random und da gibt es auch noch den Rakiv. Ja, den habe ich absichtlich zum Ende gegeben, weil du mich so geflamed hast wegen meiner Kalki-Performance, dann wieder auch noch vorbei war. Irgendwer muss sich erflamen. Wir haben den Wort gesehen. Wenn ich dich nicht flam, traut sich sonst gar keiner. Ja, er traut sich nicht. Er hat die Axt, er hat die Axt. Er hat die Axt. Er hat die Axt getroffen. Das stimmt, Godlike Changa. Wir sind ja ein bisschen zu deep. Wow, da ist pop لل oder park mit seiner Kalki. Oh, du Sierra Карli. Kathin Kranzi ist die Möglichkeit der Hotelorientierung. Jetzt kommt pai! Willistan, ich bin ich handsHey! Dann ehe das Ganze. Horst Quer 맛 ist die Idee. Ihe alles, wenn ich gerne 운동kung habe Dann macht der auferuffiel... Der hier, ich bin mein lecker auf denALLen... Und jetzt macht der Partner ... Und nun einfach ... Ew, ich hab mich ganz gut件事情. Für so oder so 믿ante würde ich ihr dann אנna kそれは gracious ! Na ja, wenn die Minions schon den hinten hitten. Hä? Ihr müsst ja auch den Dings pullen, aber er ist eh wahrscheinlich bald da. Außerdem, du bist sowieso nie, wenn die Minions vorne sind, schon da, sondern erst ein bisschen später. Das ist doch immer schon so, wenn du hilfst. Was? Okay, Ragside top. Ja, war auch irgendwie klar. Nachdem der Zett auf meine Ruhe gesehen hat, hat er gesagt, ich bin Mitte. Ich hätte keine Rüstung. Das hätte der Ragside auch sagen können. Nee. Zett profitiert mehr von Rüstungsdurchdringen von der Flatna als jeder andere. Außer vielleicht noch Fiora. Was macht denn der Fresh, Alter? Ich denke, was macht der Typ, Alter? Richtig viel Schaden können. Du musst aufpassen, wir sind vor uns Level 2. Der Junge hat keinen Respekt, vielleicht hätte ich die Kneipe nehmen sollen. Das heißt, was ich mit meinem Respekt ganze Zeit habe, weiß ich auch nicht. Okay, da kommt der, da kommt der Poke. Und dann waren wir. Aber irgendwie gankt jetzt eh fast keiner mehr in 3 Minuten irgendwie, oder? Weil die alle backen müssen, weil der Jungle so hart ist. Oder sie machen 2 Minuten gank mit, das geht auch mit jeder. Ja. Ah, das war schlecht. Ja, das war das. Lace? Lace war schlecht. Weißen, Shield. Oder für irgendwas tun wahrscheinlich. Ah, da ist ein Elite-Haupt-Lane. Ich hab mal das gelbe Supporter-Item genommen. Hätte ich früher flashen müssen, dann war das schlecht, dass ich da reinwende. Best Feeder, Alter. Ha? Ja. The Feeder ist total. Jetzt verlieren wir deswegen. Ja, und schon deshalb war Darius getickt worden. Wieso, da ist ja ok. In-Satz kann er schon ein bisschen Split-Pushen gegen den Typen, die Blaze da, Z. Ich glaube, der Z. will später wirklich Split-Push mischen gegen der TP. Artikel. Wutat, Mann. Ui, nice! Waa uit Olaf. Waa uit Olaf? Waa uit Olaf-What the fuck? H'ig überhaupt nicht mit geschnitten. ja mach grad Daten, Olaf carried uns ja der hat mein First Blood gesehen in der Toplane deswegen ja genau, oh scheiße wieder Reno ich hab die Needle, die kommen jetzt irgendwo im Ball der Diamantspieler ist geboostet, ganz klar ne ich hab doch noch ein M-Push-Bowler Wulff hat das für ein W alter Wurden, aber ich trau mich nicht das war dumm das war so dumm bisschen extra Goldfarben mit den Tunnels hier LOOOOOOL die Minus machen eine Wall und ich kann nicht lasst jetzt noch, äh geht drumherum so bescheuert mhm ja lass uns passiv vor uns spielen, weil die müssen äh, set no TP, der hat mit TP was ist? er set hat no TP ah ok ah die hat schon gar nichts zu wissen ach man ist ja auch extra 1-2 und mitt miss Mit ist es wieder ring Too strong Mit ist auf dem Weg nach oben Gederly ist oben Achtung, folgt euch Will der den Kill auf mich haben Kann auch gern haben Nee, der hat Olaf verfolgt Soll ich mal runterkommen? Ja, ich komme mal runter Ja, die sind immer schön gepusht Ja Ich glaube, sie haben auch gar kein Wort Ah, die sind ein Level höher als sie haben Hm Hm Ich bin nicht hinterher Oh, was macht er denn? Ah, sorry Nice Ich muss nicht mal den Minions lossehen Irgendwie auf Sunfire Cape zuerst Sie haben hier so viel Attack Damage Ich glaube auch, viel mehr Gehresistenzen und Banschys reicht, glaube ich Jo Die Niederlis hat zwar zwei Kills, aber Ich glaube, das macht nicht wirklich viel Spinn Ich kann auch Frozen Heart kaufen Ich glaube, ich kaufe ja auch Frozen Heart dann Oh, scheiße, der Brut zu leiser Der SSS, keine Ahnung wo der ist Mal eben schauen, ob der nicht irgendwie Ich mache jetzt irgendwie dem Jungler eine Favor und wurde da Oh ja, da ist er Da ist er, da 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 Ja Okay, die Katharina, da war der Rek'Sai Er töter Ja, ich Oh man Habe leider keine Ult, das würde Katrin halten Jetzt habe ich sie Ja, ich habe erholt Oh, da ist die Niederli Ja, er geht Wie die, aber übel zur Sorte Das fand ich gut Können wir die nicht töten? Das gibt's nicht Du kannst umdrehen Achtung, die sind hinter dir Ja, ist mir egal Wenn sie mir helft, dann können wir die töten Ja, ich warte hier auf Set Okay, ja, der Rek'Sai zieht uns halt, ne Keine Ahnung Ach, ist das bescheuert Da kommt der Rek'Sai wieder 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 Und da ist kein Flash mehr Auch kein Flash mehr Weil ich gleich geflasht bin Weil ich Geben wollte, ne Es gibt der Topland wahrscheinlich Oder so, der alte Ich pushe halt Midland rein Ich brauche dringend jetzt meine Magic Pens So Naja, früher war Katharina noch schöner Aber die Zeiten von D3 sind vorbei Geh, Katharina ist mir noch gut Klaaaass Ja Jetzt hat der Red Buff, der Junge Mag ich gar nicht Aber der Unterschied ist vermerkbar Ob zu D3 oder Hören Scepter Rust Vorsicht, pass auf Wir feiten noch bis Level 6 Nicht mehr so viel Bei Minions oder so Aber ich habe kein Mana Also fighten können wir sowieso nicht Ne, fighten würde ich nicht Oh, der ist ja Dass du Level 6 irgendwie kriegst Na komm Achtung Mitte ist wieder Miss Mhm Ja und Du mal da hin zu uns worden Ich wollte den freeze Mist Boah What the fuck der crit WELTAN Das war jetzt los Alter, hat der 1% crit grad Ah Boah, mein Mist So viel Glück musst du mal hauen Boah, ich leg mal das Schild drauf, ja Ach du knie das Ach, sag mal Woher kommt das eine Minie her? Too much sustain Hinter dir ist die Nidalee Bei mir? Ja Nein Ich will einen Tau-Ton Und der Urlaub stirbt Alter, der stirbt nicht Ich rette ihn Okay Ach, man Ach, man Ah, jetzt wollte er mich, oder? Ich wollte mich doch Häääääääääh Häääääääää Hätte schon Taubland teleporten können Aber irgendwie ist das so Ne, ich habe eh keinen Mana Boah Aber der wird ein Tau-Kill Lass den Fall in den Tau Das war scheiße von welchem ich hier Ach ich glaube ich sterbe jetzt vielleicht Not enough Und der Olaf Achtung Der Teleport Ich merks Abgebrochen Er hat auch abgebrochen Wirklich? Ja Okay Olaf will es wissen Olaf ist fast tot Ja wir haben noch Stem Dann pushe ich hier halt top rein Wobei ich nicht so viel AD eigentlich Tarekseil Ja Ja Ok Irgendwo hingefahren Ja da oben Ja da oben Ja da Wir haben's hier miniert bekommen ist ok Ja Shutdown Ich kann mal diben schreien, oder? Ja, können wir auch noch. Oh, holy bro. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke. Nice! Weiß man jetzt, dann ist das jetzt wirklich gut. So, aber der Sett, der Olaf verteilt ja nicht die Mitte. Der Sett hat gleich zwei Tower. Was ist das? Achtung, Olaf, Olaf ist gleich 2. Der Sett ist noch so stark. Ah, wie war das mit ihr? Wenn ich den W jetzt skille, wird er besser, ne? Von Movement Speed. Ja, Movement Speed und die Dauer des Polymorphs auch. Ah, scheiße. Ich will den W nicht skillen. Ah, der hat hide oder schnubbel sustain. Fuck, das ist gemein. Ah, da geht nix. Da geht nix in der Top-Link. Ah, ich hätte das weiter reinpushen sollen. Ich habe keinen Sustain nämlich. Das ist der Trash. Deswegen, oh ja, der kommt rein. Ich kann doch nicht rein, ich kann den Tribal-Busch nicht proben. Der holt sich top wahrscheinlich. Ich kann den nicht aufnehmen. Ich will den nicht aufnehmen. Ich kann das jetzt frießen lassen. 24. Ich glaube, der ist die Red Buff. Ich würde aufpassen da, könnten 3 Gegner auf dich kollapsen vielleicht, ja da ist Und schon wieder ein Grim! Ey das gibt's nicht! Malen Torwart! Ich weiß nicht ob die ulti Waste war! Das ist der Set, das ist der Set! Der Set ist irgendwie... Keine Ahnung... Und der Olaf, sagst du mal noch? Mir wäre das Gefühl Olaf baut Devourer aber hat's nicht gekauft Also geistig von Devourer... Ich hab mal Exos, ne? Wollen wir's riskieren? Ich glaube nicht, dass wir's fighten können, er sieht Infinity Edge Oh! Ah! Wird das nicht valider, die hinter euch ist? Seid vorsichtig, die können nicht mehr von diesen töten Wir haben ihnen Ward hinter uns Aber... Wenn die hier einfach mal entlanglaufen... Und die zu sehen, die sind hinter dir schon Hm... Oder ist der Rackstyle? Hm... Also die pushen hart gerade hier Alle Waves werden hart gepusht Ja, das könnte sich auch erlauben... Haben wir viel CC eigentlich? Naja schon... Hm... Nicht so viel eigentlich... Ja, vielleicht auch... Ja, die haben wirklich nicht hart CC, also ich kann relativ gut in denen glaube ich drehen... Ich glaube auch... Ich habe noch Exos, komm wir doch... Was fressen die da... Wird komisch... Was tun die denn? Ah, jetzt kommt der Zed schon... Oh... Ja, jetzt facken wir gehen... Jetzt kommt der Zed und der Olaf, Gott sei Dank... Warte, ich habe Teleport. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, die Ulti haben wir drauf. Könnt ihr da nicht heben. Ulti! Alter, nein, der Slow! Run! Ulti? Ja, was heißt Ulti? Ich glaube, das ergibt nicht so viel. Ich wurde gerade von Dings, ich hätte eigentlich über die Threshold drüber ulting können vielleicht, aber... Man, ich bilde extra so Tank, aber ich bin trotzdem nicht wirklich tanky. Und der Panarexa kann einfach nur Hydra bilden und... Ah, die ist nicht gestorben. Das ist nicht schnell genug. Oh lol, das stimmt jetzt. Ja, der Olaf. Vielleicht hätte ich jetzt teleporten sollen. Aber das kann mich mal nicht ausdrücken, was dann ist ja nicht zu low gewesen vielleicht. Beinah. Ja. Wer das Höllenshepter gefehlt hätte ich das gehabt, der sich, glaube ich, die gekillt hat. Da hab ich's aber. Da ist eine fette Wave. Ja. Mithauers weg. Mhm, das hab ich ja. Modline auch endlich mal. Ja, kannst... Modline können wir ruhig überbeinden. Es ist schon leicht, wenn wir einen Outer Tarot haben, das ist so weit. Oh, ich hab... Oh, 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 oh. Hier ist der, hallo. Okay. Tschüss. Oh man, der Teleport. Komm nicht hinterher. Ich will dir mal ein Item geben. Aber... Oh Gott. Oh Gott. Wir können die killen. Wir können die killen. Ja, hier ist eine Linse gewesen, ja. Sind zu viele Dinger bei uns hier drinnen. Nein. Boah, die sind gestorben, scheiße. Ja. Der hat die... Ich hab nichts mehr. Nichts mehr. Fuck, machen die Damage. Oh, sie flasht nach. Aber ich kann trotzdem nichts machen. Kein Critluck heute. Ja, ich hab gemislegt. Sorry. Ich weiß nicht, sind mich in Lane dreimal gequittet mit 1% Crit-Shows oder so. Denk ich mir auch einer. Hat mich gern. Alter, das ist bescheuert. Ich werd nur zu Tode gekitet. Ja, jetzt überlegen. Bei uns tut man Darius. Und deswegen spielen alle Leute eh mit Ghost dann. Das ist die meisten. Ich würd jeden... Ich würd jeden... ähm... Bruiser, der was keinen Gap-Closer hat, mit Ghost spielen. Also aus Prinzip. Naja, aber Ghost gegen das hilft. Ja, wir können doch. Positiv denken. Oh, oh, meine Güte. Die Bilder Triforce, der Rek'Sai. Ja, das ist Full-Damage. Ja, die machen alle Full-Damage. Nidalee ist ja auch Full-Damage. Ja, das ist der Witz. Die machen alle Full-Damage halt. Ich würd auch Full-Damage gehen, wenn ich so... wenn man so weiter hätte ist. Kleber! Ich bin so langsam, ich versteh das nicht. Nidalee, nidalee. Ich versuch sie auszuplayen. Oh, jetzt hier Triple kill, los. Jo. 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 okay nach einer Art der Bauernbund wurden wieder die Bauten war es halt gegen die Niederli krepiert wusste halt anschauen bei uns sind alle Pigs auf Wetter und sie haben alle Inventer Pigs Prozent Kater ist nicht so umweg auf Wetter Alter gehen wir auf die Eier Kater ist richtig stark ja aber Niederli Baut Baut Ich weiß warum so viel Schaden macht wenn ich eh Full Tank bilde und eh Ninja Tobi habe und so Ah ich dachte ich bin noch drin Er macht ja jetzt nicht True Damage oder so Wir tap Voll Null Go this is your chance Was Klingt schon wieder dieser Blödsinn Alter mit dem Was Wie könnt du jetzt? Das ist aber so traurig Das ist einfach Bullshit Alter Der stirbt jetzt Alter wenn ich ihn bis ans Ende der Welt Ja 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 Er will ihn unbedingt Ich wurde CC'd ich konnte es nicht Verstehst du das nicht? Mir reicht Mir reicht sich sowieso Mir ist egal ich will nicht mehr spielen Es tut mir leid Leute das Spiel ist aber scheiße Was machst du? Ja ich komme sowieso nicht mehr raus Weißt du nicht wo ich war? Sie waren da waren zwei Leute die gehen mir ja nach dann kommen da Wer entgegen da kommt von oben herunter Ich komme da nicht mehr raus lebend Ich hoffe mal dass ich mir nicht auf Youtube Doch das landet sicher muss auf Youtube Glaubst du ich würde es mehrere spielen mit meinen Champions Außerdem glaubst du es wird besser dann Als nächstes Fleisch Als gereicht mit Darius Als gereicht Außerdem habe ich jetzt nicht gefeedet oder so Ich habe einen Execute gemacht Das ist ja wurscht ob ich jetzt einen Execute mache Ich glaube der 100 Harpe oder was noch Er muss ein Nein drücken bitte Ich will noch weiter spielen Wer kommt endlich nach Darius? Troll Ähm Ich weiß nicht Draven kommt irgendwann Aber es ist noch wer davor Diana 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 genau Wo bist du denn die dann zu spielen? Top Mitte der Jungle Keine Ahnung Das geht mir so auf Alter ich spielt Phantom Dancer das nächste Mal Mir ist alles egal Das ist so bescheuert dass ich da nicht wegkomme Jetzt Woll die Uhr hin von draußen Ja das bringt mir auch nicht Hat auch kein Damage gemacht meine Ulti Die ist so useless Verstehe ich nicht Ich habe ja ein paar Platz Decks drauf gehabt Und Exhaust sollte nichts bringen gegen True Damage Aber anscheinend trinkst du doch was Mein Rex eigentlich hat einen zu Das kann keiner Es gibt bestimmt auch Leute auf die sie verstehen Oh lol Ich kann das gerne spielen Ich bin so lang Alter Wie sie dreimal critet und ich gar kein einziges Mal Nein das schenk ich dir ULTI Ich habe kein Ulti Ich habe es ja vorher schon gemacht ULTI Schau da die sind Bullshit an Ich war das auch mal richtig Gefühl wenn man ultet und das Der Rexhal kritt Der Rexhal kritt Nein nein sie überlebt Ja wenn sie lifestylt und überlebt sind Das ist so bescheuert Warum muss Rexhal kritten? Oh der hat doch nur 10% Boah die soll er mit Das ist das erste Spiel was ich gerade Was ich in dem Marathon spiel wo ich mich so richtig frustriert fühle Weil ich einfach überhaupt Ich kann einfach überhaupt nichts machen Ich kann einfach gar nichts machen Freu dich dann wenn du sowas spielst wie Urgott Ich komme nie in Range um irgendwas zu machen Und wenn ich in Range komme wenn ich nur irgendwie CC Wär's noch useless Wischee Hau ich bin tot Finde Gurgott Gurgott geht ja noch Der ist von manchen noch Useful Tarek gibt Bographie Darius ist so n Hass Champ Hau ich bin tot Tarek Für mich ist Darius so n Hasschamp Ja Mein Meister Hasschamp ist Volibear Finde ich noch schlimmer als Deemo Weil Volibear hat einfach ne Mundo Passive Den hasse ich sowas Der Frustration. Aber es geht halt einfach anders. Ich kann nicht jetzt irgendwie so tun, als ob ich so happy wäre, dass ich so tot gehytert werde in jedem Fight. Ja, huck mich, huck mich. Meuten! Ja! Whatever. Toll, sie tötet uns alle. Don't give him! Nein, zett, zett, neid ihn. Zett, nimm ihn! Jawohl. Oh, ich krieg noch ein Kill. Jetzt können wir's aufgeben. Dann gibts ihm gleich auf Nein noch Leute, kommts. Ja, ich hab auch hier. Bist du Naruto oder was? Oh mein Gott. Nee, ich bin Ruffy. Nein, das haben sie auch. Ja, klar. So ein Spaß. Pullt ihn in den Blatt, hau und pullen. Komm, dafür stirbt er, dafür stirbt er. Jawohl. Schade. Ja, komm. Nicht mal gut genug zum Pullen. Lass Spaß die Champion. Ja. Das lässt du gleich dich mal fühlen, dass du carryen kannst. Weil Diana kann das. Ich kann Diana. Ich glaub, ich hab Diana noch nie gespielt. Oder einmal vielleicht, keine Ahnung. Wie soll ich mit dem Champion-Kern, den ich noch nie gespielt hab? Oh mein Gott. Warte, 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 warte. Ich will nicht mehr weit reden. Ich will einfach das Video beenden und dann mich vom Balkon stürzen. Und ich sag auch gar nicht Danke fürs Zuschauen, weil es gibt nichts zu bedanken. Ihr tut's mir leid, wenn ihr das sehen musstet. Es ist ein Trauerspiel gewesen. Ich bin Ras hier. Ras hier. Genug. Hahaha. Geh. 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 Geh.